so hallo zu einem neuen video wie ihr seht es gibt wieder ein segel video von der ostsee und wir gehen jetzt mal eine runde durch den hafen in wendorf wendorf ist ein kleiner ort direkt neben laboe an der kieler förde es gibt aber einen relativ großen jachthafen dieser jachthafen besitzt eine kleine gastronomie in form eines containers mit bierwagen man kann windgeschützt sitzen oder auf der terrasse die toilettenanlagen befinden sich ebenfalls in zwei containern und sind über einen qr-code den man beim hafenmeister erhält zugänglich als wir hier geschadet haben gab es ausreichend parkplätze es gibt eine bootswerft leider fehlt die tankstelle es wird relativ viel gebaut wie ihr seht entstehen hier ferienwohnungen oder eigentumswohnungen die wahrscheinlich auch über rbnb zu bieten sind wir haben den abend noch genutzt um richtung laboe ein bisschen an der küste entlang zu spazieren ja so am abend hat sich der wind etwas ausgelegt und wir schauen noch mal auf den sonnenuntergang im hintergrund könnt ihr schon das denkmal von laboe erkennen wir sind dieses jahr übrigens mit einer bavaria von 2005 unterwegs mit einer länge von 39 fuß und einem gesamtgewicht von etwas über acht tonnen das war der erste eindruck leider war es immer sehr windig so dass man den original ton nicht so gut verwenden konnte wir gehen jetzt erst mal übernachten und dann geht es morgen früh los ja guten morgen aus der marina wenddorf bevor wir ablegen gibt es allerdings erst mal frühstück gucken wie weit die anderen mit dem tisch decken sind ja beim rausfahren haben wir noch gedacht das wird ein entspannter tag wenig wind und eine glatte see aber das sollte sich bald herausstellen dass es doch mehr wind gab und auch die ersten probleme mit dem boot und auch mit einem mit siegler dem das ganze nicht so gut bekommen ist so dass wir uns entschlossen haben frühzeitig dampf anzulaufen und nicht nach dänemark rüber zu schippern das einholen des vergessenen flach fenders an der backbord seite war dabei unser kleinstes problem das haben wir ganz schnell hinbekommen und Untertitelung des ZDF, 2020 Weil es einem Mitsegler nicht so gut ging, sind wir vorzeitig unter Motor nach Damp gefahren. Dabei hat der Motor ständig gepiepst, also angezeigt, dass er überhitzt wäre. Er war aber nicht überhitzt. Kühlwasseraustritt war vorhanden und auch der innere Kreislauf für den Motor hatte ausreichend Kühlwasser. Das Öl hatten wir morgens noch vor der Abfahrt kontrolliert. Das war voll. Der Motor hatte einfach Steuerungsprobleme. Wir liegen hier in Damp auf den Gastliegeplätzen. Die sind relativ klein, sodass wir das Boot nur auf der Mittelklampe befestigen konnten. Am hinteren Dalben, der Wind hatte weiter aufgefrischt, in Böen etwa sechs, sodass die Wellen, die von der See kamen, über die Hafenmole, den Wellenbrecher, in das Becken mit rein spappten und wir auch relativ unruhig lagen. In Damp am Hafen war Hafenfest. Hier gab es ein Wikingerfest, wo wir noch die Reste von mitbekommen haben am späten Sonntagnachmittag. Guck mal, da ist der Edekamarkt. Der Edekamarkt war auch am Sonntag geöffnet und so konnten wir das, was wir noch vergessen hatten und noch benötigten, auch am Sonntag einkaufen. Wir sind noch eine Runde durch das Wikingercamp gegangen und haben anschließend gekocht. Morgen geht es dann weiter mit unseren Tören. Lasst euch überraschen, wo wir hinsegeln. Seid beim nächsten Medio wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Bis dahin. Tschüss.